Ein riesiges neues Pal-Wort-Update wurde gestern bei den Samba Game Fests angekündigt. Ja, das kommt jetzt schon am 27. Juni raus und bringt uns einigen neuen Content. Und den gucken wir uns auf jeden Fall jetzt mal im Trailer an. Stück für Stück, was man so neu sieht. Wir sehen hier schon mal am Ersten die neue Insel. Es ist jetzt alles sehr japanisch, asiatisch angehaucht. Wir sehen aber auch schon in den ersten paar Sekunden einige neue Palts. Wir haben hier unter anderem unten rechts, sieht das so ein bisschen aus wie ein... Ich würde sagen, das ist wie so ein Gürteltier. Das könnte doch so eine Art Gürteltier sein. Also sagen wir schon mal den Ersten. Dann haben wir im Prinzip auf der rechten Seite jetzt auch schon ein neues Pal. Ich glaube, das dürfte auch neu sein. Das dürfte keine B- oder C-Variante sein. Und natürlich auch den Hund, wo der Protagonist drauf reitet. Den sehen wir jetzt hier auch wahrscheinlich als die beiden Statuen links und rechts. Sieht auf jeden Fall so aus, als ob das hier der Hund wäre, wo gerade drauf geritten worden ist. Das Update heißt Sakura-Jima-Update. Dieser kommt am 27. Juni. Wir sehen hier auch weitere Ausschütte der neuen Insel. Wir haben ein Pilz-Biom auf jeden Fall, wo auch neue Palts vorkommen. Wir haben unter anderem die Kröte unten. Aber wir haben auch hier den Pilz. Und ich finde, der Pilz sieht ein bisschen aus wie Relaxaurus, den wir schon in der Lux-Variante haben, in der normalen Variante haben. Und das sieht ein bisschen, finde ich, nach einer neuen Variante aus. Vielleicht nach einer C-Variante. Relaxaurus C wäre ja im Prinzip möglich. Dann sehen wir auf jeden Fall auf dem nächsten Bild, oder im nächsten Teil, dass es neue Arten des Bauens gibt. Also wir bekommen halt auf jeden Fall auch asiatische Bauwerke mit dazu, genauso wie Deko. Und wir sehen auf jeden Fall unten auch von der Magierin auch eine neue Variante, nämlich eine, dürfte eine Geistervariante sein. Genauso auch hier, wie vom Schwertkern, vom Samurai, neue Variante und ein komplett neues Pal. Und auch hier ein neues Teil eines Bioms sieht ein bisschen düsterer aus, ein bisschen so. Mal gespannt. Dann sehen wir hier ein komplett neues Pal auf jeden Fall, was keine Variante ist. Das hat mich so ein klein wenig an Tektas aus Pokémon erinnert. Ich finde, so kleine Ähnlichkeiten sind auf jeden Fall irgendwie da. Ja, das Ganze sieht hier aus wie in so einer Stadt, hat Ähnlichkeiten, finde ich, zur Wüstenstadt, ja, in der Wüste von Pal World. Dann sehen wir diese Truhe, die hatten wir eben gerade auch schon mal gesehen. Da kommt dieses Geisterpal raus. Wird wahrscheinlich in einem oder anderem Dungeon, der ziemlich nervig ist, wenn man denkt, oh, cool, eine Truhe. Und dann kommt halt ein Pal. Ja, dann haben wir einen weiteren, sagen wir mal, Schwertkämpferpal. Den finde ich sehr, sehr cool. Der erinnert mich ultra an irgendetwas. Ich weiß noch nicht, an was der mich so erinnert, aber ich finde, gefällt mir auf jeden Fall optisch richtig, richtig gut. Dann bekommen wir die Meldung, es wird Xbox Server geben. Es sieht aus, als ob es noch kein Crossplay ist, was ein bisschen schade ist, weil im Endeffekt wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, dass man Crossplay bringt. Ich meine, es gibt kein offizielles Bestätigung, dass es kommt, vielleicht sagen sie noch was dazu. Ich würde es ultra feiern, wenn Crossplay kommen würde, gerade da jetzt Xbox ja aufs Server dann gehen kann. Weil das würde aber das Zusammenspiel noch ein bisschen mehr fördern, als wenn man erst in ein paar Wochen, Monaten Crossplay anmacht. Da hat man ja schon seinen Server gefunden. Weil, wisst ihr euch mal, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt für Xbox. Aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, sonst hätten sie ja eigentlich Crossplay dazugeschrieben. Das Feature wäre so groß. Aber ich will es mal nicht abschalten. Lassen wir mal bis zum 27. abwarten. Vielleicht kommt ja noch was zu dem Thema, zu den Xbox Servern, wie das Ganze abläuft. Auch hier sehen wir nochmal ein, zwei Pals in Aktion. Das ist eben der Schwertcamper von eben. Sieht ziemlich cool aus. Dann sehen wir hier neue Sachen in der Base. Also neue Building Sachen. Und hier wird auch geschrieben, ein neues Level Cap. Das heißt, wir haben jetzt nicht mal 50 als Level Cap, sondern es wird drüber gehen. Wie hoch, haben wir nicht gesehen. Ob es jetzt 60 wird, ob es 75 wird, ob es 100 wird. Ich würde jetzt mal sowas wie 75 ausgehen, aber ein bisschen mal abwarten. Dann sehen wir auf dem Bild aber auch einige neue Sachen. Also erstens sehen wir, dass es hier verschiedene Arten von Steinvorkommen gibt. Wir haben hier dunkle Steine und helle Steine. Wir sehen auf der rechten Seite, klar, das Haus hat halt diesen asiatischen Touch. Also auf jeden Fall, dass man da neue Arten des Bauens bekommt. Wir sehen links diese Kästen. Das sind ja wie diese PAL-Boxen, die es schon gab. Aber auf offiziellen, also auf Servern, also auf privaten Servern, konnte man die ja nicht bauen. Vielleicht kann man diese jetzt bauen. Das würde die PAL-Box wesentlich erweitern. Und wir sehen im Hintergrund ein Gerät, was so ein bisschen am Leuchten ist. Ich kann aktuell nicht genau schätzen, was das sein wird. Aber auf jeden Fall sehen wir da ein neues Gerät. Und wir sehen auch hier weitere neue Varianten. Jetzt kommen wir da auch gleich zu einer Sache, die finde ich sehr interessant. Nämlich neue Sub-Spezies. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich finde, es wirkt so ein bisschen wie, wie soll ich sagen, wenn wir aktuell die B-Varianten oder die wir aktuell haben, ja, nehmen wir jetzt hier zum Beispiel Relaxaurus und Relaxaurus Lux. Wir nehmen, den haben wir dann noch, wir nehmen diesen Ingram, bla 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 und Ingram Noct. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt einfach das Gleiche ist. Also ob wir jetzt hier in dem Fall am Anfang eben Chillit gesehen haben und das Rote ist jetzt Chillit Noct. Und das andere ist jetzt die Creevan und Creevan Noct. Ich finde, man sieht hier nur eine andere Farbe. Ich bin mir nicht sicher, ob das am Ende nicht so was wie Shiny ist. Ich weiß es nicht, Leute. Weil auch hier bei den beiden Hexen, ich meine, klar, man sieht, dass sie ein anderes Element benutzt. Aber irgendwie bin ich mir nicht so 100% sicher. Ich fand, bis jetzt hatten die Zweitvarianten immer irgendwie mehr Veränderungen. Ist das, was ich meine. Von der Optik her. Aber muss man abwärts. Kann auch sein, dass es einfach nur weitere B-Varianten sind. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Shinies kommen, aber ihr wisst, was ich meine. Dann sehen wir hier, es kommen weitere Raids oder zumindest erstmal ein Raid, weil oben wird halt nur geschrieben New Raid. Also gehe ich von aus, es wird erstmal nur einen neuen geben. Aber ich finde, der sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Aber erinnert mich so ein bisschen an, ah hier, Plaza Mode oder Blaze Mode, wie ich ihn ausspreche. Ich finde, er sieht so ein bisschen in die Richtung aus, oder? So ein bisschen aus wie so ein Blaze Hole Noct, würde ich fast dann sagen. Oder? Kommt so ein bisschen in die Richtung. Und dann sehen wir auf dem Bild auf jeden Fall auch hier Bushi in seiner Geist-Version. Dann haben wir links den Affen. Der Affe war normalerweise ja eigentlich braun oder dunkel vom Fell her. Der ist jetzt rot, das heißt, er ist auch vielleicht ein neuer Affe. Und wir hatten rechts den Skorpion, aber ich finde, bei dem Skorpion war jetzt nicht so richtig zu erkennen. Normalerweise hat er, glaube ich, so ein lila Schimmern auf seinem Körper. Jetzt hat er hier so ein grünes Schimmern. Ob das vielleicht eine Pflanzenvariante vom Skorpion ist, weiß ich nicht. Dann sehen wir eine Sache, die ich sehr interessant finde, weil ich finde, die hat viel Ausbaupotenzial, ist Strongholds. Das Öl-Rick. Es wird anscheinend sowas wie eine Art Raid sein. Also jetzt nicht wieder Raid gegen den Boss, sondern wirklich, dass man etwas raiden muss. Also eine Base, eine feindliche Base. Weil man sieht nämlich hier, dass man gegen diese Öl-Raffinerie, das ist halt die Öl-Rick, gegen Gegnerwellen kämpft. Das einnimmt, was es lootmäßig am Ende bringt, weiß man natürlich aktuell noch nicht, aber es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Dann haben wir noch eine Sache, die ich auch sehr interessant finde, nämlich die Arena. Man sieht auf jeden Fall, dass es die Arena aus dem PvP-Trailer ist. Von der Optik her. Also rechts diese Muster und auch diese ganze Verzierung, die Arena selber. Im PvP-Trailer wurde aber gesagt, am Ende, sie korrigieren, dass es nicht im Sommer kommt, sondern dass das PvP erst später diesem Jahr kommt. Jetzt wird in diesem Trailer zum 27.06. die Arena vorgestellt. Jetzt frage ich mich, ist das gegen NPCs erst einmal? Also der Probelauf oder haben sie PvP doch vorgezogen? Ich finde, es wirkt eher so, als ob das eine kleinere Arena ist, als die, die wir im Trailer gesehen haben. Weil im Trailer sah die Größe aus. Ich finde, das hier wirkt so ein bisschen, als ob es vielleicht ein Prototyp ist. Wir testen erst einmal, wie PvP abläuft gegen im Endeffekt NPCs. Weil ich finde auch, in dem Trailer hier sieht man, glaube ich, jetzt habe ich keinen Spieler wahrgenommen. Und wir sind eine neue Fraktion. Wir wissen ja, dass jeder Turm eine Fraktion hatte und dann auch das Gebiet um den Turm, die NPCs der Fraktion angehört haben und dann immer einen Boss dazu hatten. Und jetzt sehen wir, wie wir auch das für eine neue Fraktion, einen neuen Boss bekommen. Ich finde, das Pal sieht richtig cool aus mit diesem Mond. Generell, die Optik gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin mal gespannt, wie der Boss sich spielen lässt. Ja, Leute. Und wie gesagt, das Ganze kommt alles am 27. Juni schon bald. Ich freue mich richtig drauf. Wir werden wahrscheinlich bei uns auf dem Server auch wieder direkt loslegen. Falls ihr noch einen PC-Server sucht, schreibt mir gerne einen Kommentar. Weil wir suchen immer Leute, die Bock haben mitzuspielen. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, also ich finde es cool. Ja, ich bin nur mal gespannt, was die ganzen Sachen bedeuten. Ich finde halt gerade das mit den Com-C-Varianten, ist das doch eher so ein bisschen shiny-mäßig. Welche Ressourcen kommen dazu? Was ist das neue Level-Cap? Das sind so einige Sachen, die ich auf jeden Fall interessant finde. Sagt Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir eure Meinung zum Trailer in die Kommentare. Bis dann und ciao. Ciao.